Und willkommen zurück zu Let's Play Deng Sogma, dem Spiel, in dem alle meine Charaktere vollfett sind. Puff, puff, puff. Ist da hinten ein Wolf? Da hinten sind sogar zwei Wolfis. Nein, ihr sollt da hinten bleiben. Ach, ihr könnt auf dicken Hosen. Vor allem, das Recht nicht. Junge, jetzt mach ich dich dicke Hose fertig. Waren zwei, das letzte Mal waren es drei, als ich hier war. Nehme ich mal mit. Das Geräusch stresst übrigens, wenn das die ganze Hände hinterher fliegt. Aber hier hat keiner... Will ich das alles verkaufen? Oh, ich würd sowas von viel Geld machen. Das sieht interessant. Nein, das ist nicht interessant. Lass es liegen! Lass es liegen! Ich fühl mich verarscht. Wieder eine ROM-Session. Oh, oh, Schmierer. Ist es hier oben? Nein. Gut. Ist es hier unten? Auch nicht. Oh, das hört sich aber verdammt nah an. Pff, 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 pff. Waaah, ha, 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 ha. Pff, 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 pff. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Wie sah das denn grad aus? Ja, verstehe ich, wieso du wütend bist, halt. Alter, war das geil. Und dann diese Hardcore-Musik. Und dann so, flipp. Ich wollte schon sagen, ist das ein Bogen? Flipp. Bist du irgendwie blöd? Der kommt ja jetzt nicht nochmal hier, oder? Wo will denn der denn da mit hin? Lass das liegen! Und blöda... Moment. Oh, sind alle schwer. Dann kein Moment. Da muss ich so durchziehen. Lass es liegen. Denn ich mach dich fertig. Deine Ziege ist schon down und ich mach dich alle. Und der Magier da unten, der geht mir übelst auf den Sack. Weil sie jetzt hier oben sind, mach ich sie platt. Guck nicht so blöd hier rein. Du weißt, dass du das nicht machst, Junge. Ja, was geht's, Junge? Achso, er war da hinten. Ich dachte schon, ich schlag hier die ganze Zeit vorne und... Oh, die Stange ist down. Ich hasse diesen Moment. Ich mach einfach kein Damage. Nee, mach ich auch nicht viel mehr. Oh, oh, oh. Aua. Das hat mir getan. Ich hab keinen Bock mehr auf ihn. Du brauchst dir gar nicht so blöd ankommen, ey. Hast du mich runtergeschubst, Junge? Das fand ich nicht nett von dir, oder? Das meine ich damit wiederbleiben. Da ist er nämlich wieder. Welcher Scheißmann? Alter. Du gehst mir hier nicht nochmal auf den Sack. One-Hit-Opfer, ey. Ja, lass, komm, 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 lass. Oh, darauf war ich nicht vorbereitet. Attack while I hold it! Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Denn ist gerade noch ein Magier rumgelaufen. Der jetzt weg ist, okay. Ich hasse den Löwenkopf, weil der so viel aushält. Level 99. Okay, wie erscheint werde ich... Oh, sehr schwer. Oh, Mann. Ich halt auf meine Partner, denn ich mach sie voll voll. Damit sie was zu tragen haben und ich nicht mehr muss. Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum. Was soll das machen, ey? Wie soll das? Spinner schwingt schon mal mittel. Oh, der ist schon sehr schwer. Scheiße, alter. Ich fühle deine Wünsche. Was war ich hier noch nirgendwo? Weil der Spacko mich hier runtergeschmissen hat, Alter. Da geht's auf jeden Fall nicht lang, das find ich mal gut. Jetzt kann ich auch noch kaum laufen. Mann, meine Katze hat die Uhr weggedrückt. Ich weiß nicht, wo sie grad drauf war oder so, aber ich hab's einfach mal weggemacht. Ich bin erst bei 6 Minuten. Scheiße. Ich hätte nen Cut machen müssen. Mann! Genau, aber auch nen Spast. Co. Typi. So. Achja. Ich bin so schnell. Dann lauf ich in der Sackgasse auch noch. Und dann geh ich auch noch so weit und öffne die Truhen. Indem ich dann noch schwerer werde. Und, und... Es war noch nicht mal was Gutes drin. Vor Trauer renne ich einfach weg. In der Hoffnung, irgendwo zu landen. Indem ich eine Tür finde. Die mich nach draußen schickt. In die Freiheit. Wuhu! Freiheit! Oder... Moment. Moment. Von da bin ich gekommen. Scheiße. Und ich bin immer noch auf der Suche. Okay. Hierher gibt es nix zu suchen. Dum dum da dum dum da. Und wenn ich gleich auf noch ne Plattform falle, bevor ich runterfalle, dann bin ich voll am Arsch. Dum 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 da. Passt noch hoch. Milieu. Ist das das, was ich glaube aber das ist? Ach, das war doch ein Bogen. Gucken wie stark der ist. Nicht stark. Besserkeharnische. Das ist doch bestimmt für gar keinen für uns. Okay. Ach hier. Milieuhelm. Will ich mir aber jetzt auch mal angucken. Sieht nicht wirklich interessant. Ist da auch... Ach, da ist auch ne Truhe. Hm. Und ich laufe und ich laufe und ich laufe und ich laufe gegen die Tür. Dschungel. Ich hab's doch voll gezeigt. Dschungel. Dschungel. Ich hab's doch voll gezeigt. Dschungel. Und noch ne Truhe. Sieht doch gut aus. Ich kann nirgends wo drauf fallen. Aber ich versuch's trotzdem irgendwo drauf zu fallen. Ich kann endlich mein Inventar lernen. Aber wenn ihr jetzt wenden wollt, wendet. Weil jetzt kommt nix mehr. Nix. Gar nix. Ich werd's nochmal rausgehen. Ich werd denk ich mal an dem Punkt nochmal gucken, ob da vielleicht doch noch was für schwarze Brett gekommen ist. Weil wenn ich, äh... Weil ich jetzt diesen Schlangenbosser besiegt hab, da ich jetzt vielleicht noch einen anderen Boss besiegen muss. Weil ich war noch nicht überall. Ich war fast überall in dem Raum, aber noch nie überall. Oh, und ich werd sowas von viel pennen. Ach, endlich alles weg. Alles. Zack, zack, zack. Ach, ich bin wieder leicht. Das fühlt sich so gut an. Dumm, dumm, dumm. Hm. Ähm. Das hab ich immer noch nicht wirklich nicht. Oh. 28. 28. Alter. Das ist so heftig. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yeah. Und ich bin wieder sehr leicht. Juhu. Yay. Alter, wie viel Zeug ich da finde. Und nichts davon brauch ich. So enttäuschend war ich noch nicht. Ich hätte mehr von dir erwartet. Krasser Typ ey. Dieser super coole Helm. Ich hätte gerne einen Krüger, den mir halten könnte, aber das kann man nicht. Oh, die hatte auch 6 Steine. Dann hatte ich sogar 34. 34, ja. Und ich war noch nicht mehr überall drin. Ich will mal kurz gucken, wie viele Lasursteine ich da habe. Das dürfte ja nicht gerade wenig sein. So. So. Boom. 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 Zwei Reise Steine hab ich auch noch gefunden. Noch. Wieso nicht? Ah. Endlich leer. So. Und jetzt gucken wir an, wie viele das zu steine ich habe. 60. Hm? Ich sag's auch die ganze Zeit falsch. Ich sag die ganze Zeit Lasursteine, aber das sind Lasurussteine. Aber ist ja total Latte. Oh, Moment. Das will ich schon mitnehmen. Hm. Das ist alles nicht wirklich toll. Wie viel bekomme ich jetzt? 705 war das letzte Mal. Hm. Für 5 Level-Ups. So bekomme ich ungefähr 8. Jedes Mal dazu. Ist hier zufälligerweise... Kein Stein. Kein Stein. Der dort liegt. Dam, dam, dam. Puh. Ja. Die Folge ist ja gleich vorbei. Aber ich weiß nicht, was ich machen. Wofür machen? Haha. Oh. Oh. Beiner runtergefallen. 2 Aufträge nur noch. 2. Dann hab ich's. Und wenn da nichts mehr kommt, dann hab ich's. Dann hab ich's. Ich will einfach diese verdammte 100% machen. Haha. Und ich werd das nicht im Let's Play zeigen, wie ich diese zwei Aufträge mache, weil ihr habt ja grad gesehen. Ich hab nur 2. Nur 2. Nur 2 gefunden. Ja. In 4? 4 Folgen. 2. In 4 Folgen. Von diesen weißen Echsen. Da hab ich 12. 12. Ja. Nicht mehr die Hälfte. In 4 Folgen. So. Die penne ich auch nochmal. Einfach weil's... Einfach weil's sich so ergibt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich pennen muss, damit ich endlich... Ich würde echt mal gerne wissen, ob das... Äh... Hab die... Diese Viecher da in diesem Kreis da respawned. Wenn die respawned, dann... Wär das bestimmt cool. Oh ja. Das wär's. Aber ich war auf jeden Fall noch nicht überall. Es gibt noch zwei Orte, die ich kenne. Weil es gibt noch einen zweiten Ort, wo diese Kügelchen... diese Augen da rumfliegen. Und da sind dann sogar drei. Ganze drei sind da. Ja. Gibt's doch nicht. Ich treff dich nicht. Ich treff den echt nicht. Ich lass es mal. Okay. Hat sich erledigt. Fühlt sich cool oder was? Weil der... Oh. Das war knapp. Äh. Was nicht? Verarscht. Boah. Ich bin so böse. Ja. Das ist schön. Wer ich kaum Ausdauer verliere. Boah. Und ich hab ja schon 2600 live. Yeah. Wenn man aber denkt, dass die ganzen anderen schon fast 4000 haben. Aber ich schieb 2600. Ja. Na gut. Ich bin ja auch kein Nahkämpfer. Na gut. Na gut. Na gut. Was heißt noch nicht mal ansatzweise? Ich hab ja... Ich greif auch manchmal Nah an. Keine... Keine Mission. Yeah. Also beruze ich es dann nur noch auf die zwei, die ich äh... Bis zum Überbrechen machen werde. Ich denke, ich werde jetzt auch die Aufnahmen einfach beenden. Und das wärs dann erstmal für heute. Und ich werde dann die Aufnahmen wieder starten, wenn ich die zwei geschafft habe. Ja. Und es tut... Ja. Ich werde jetzt einfach so lange pennen, bis ich... Keine Bock mehr habe zu pennen. Geht ja nur zum respawnen. Und das mache ich jetzt zum Ende hin, weil... Ja bei 17 Minuten Beamer da oben sind. Ich guck mal auf die... Ja... Fast 17 Minuten. ja super und ich hoffe die aufnahme hat euch gefallen die nächste aufnahmesession dürfte die letzte sein wenn das mit dem drachen klappt auch wehe der verpackt sich und der kommt nicht dann muss ich nämlich das ganze spiel noch mal durchspielen damit der behinderte drache kommt das wäre scheiße naja wir sehen uns im nächsten Aufnahmung bis sehen tschüss